Willkommen beim ASTV. Jetzt geht es um das Thema Diskriminierung und Rassismus. Rassismus ist gerade ein großes Thema, ich weiß nicht wann die Folge rauskommt, ich sag jetzt mal Dezember 2020, heute gesagt und bei mir, ist ein großes Thema in Frankreich. Diskriminierung ist ein großes Thema in Deutschland durch Corona, weil durch die Regeln, das Ermächtigungsgesetz, quasi die Menschenrechte und die Grundrechte kaputt gemacht worden sind und wir keine Menschenrechte mehr haben, als der Staat darf er über uns verfügen, wie er möchte, er darf uns auch diskriminieren. Er hat das Recht darauf, durch das Gesetz, was wir alle zugelassen haben. Aber es gibt ja hier, laut Lehrplan, wird ja unterrichtet, das ist ja mein Arbeitsbuch, mit dem ich arbeite, weil auf Arbeit darf ich ja meine persönliche Meinung nicht haben, da muss ich die Meinung des Senats sagen. Was ich nach meiner Arbeit sage, ist unrelevant. So, der Charles Darwins Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie von dem britischen Naturforscher, Charles Darwin von 1809 bis 1882, für seine Zeit ist er sehr alt geworden übrigens, entwickelt, zieht als Hauptursache für die Stadt. Die damals geschichtliche Entwicklung aller Arten von Lebewesen, die natürliche Ausleser, nennt sich auch Selektion. Der für die betreffenden Umweltbedienungen geeigneten Survival of the Fightest, also Überlebe, auch genannt wird. Die Evolutionstheorie war vor allem zu Beginn heftig umstritten, weil sie im Gegensatz zur bieblichen Schöpfungslehre die Sonderstellung des Menschen unter den Lebewesen ablehnt. Also in der Bibel ist der Mensch der Mittelpunkt. Auf der Erde sind wir nichts. Wir sind höchstens der Virus, der die Erde kaputt macht mit seinen ganzen Sachen, die er eben benötigt. Wir sind eigentlich ein Parasit auf der Erde, genauso wie das Coronavirus in der Krippe. Obwohl die Gedanken Darwins bis heute die Grundlage für moderne Theorien der Evolution bilden, dauert die Kontroverse um sie immer noch an. Zum einen in sehr bibeltreuen Kreisen, die dem Primat Erschöpfungslehrer betonen, also uns, hier sind ja die Primaten. Zum anderen war einige Anhänger der Darwins seine Theorie unkritisch auf die menschliche Gesellschaft übertragen. Als Sozialdarwins Gesetz. Ja. Ja. Was soll ich jetzt sagen. Wir entwickeln uns immer weiter. Wir müssen aufpassen mit der Diskriminierung, wie weit wir gehen. Wir müssen, ich sag jetzt mal ganz klar und deutlich, wenn wir von etwas keine Ahnung haben, dann haben wir die Klappe zu halten. Und nicht an irgendeinem anderen Menschen irgendwelche Sachen dann vom Kopf zu werfen, von denen er selber keine Ahnung hat. Zum Beispiel heute bei Kaufland ein Mitarbeiter steht auf dem Parkplatz, brüllt die Passanten an, Mitarbeiter im Kaufland. Maske, 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 trägt aber selber keiner, hat mich angelabert und er hat gesagt, tragen Sie einen? Nö, lassen Sie mich mal in Ruhe. Fertig. War ein bisschen angepasst gewesen, aber ich habe mich von denen nicht einschüchtern lassen. Und das ist so eine Diskriminierung. Manche heben sich daraus hervor. Menschliches Verhalten war darin vollständig in der Evolution enthalten, aber auch in den Tieren. Tiere entwickeln sich auch weiter, je nachdem wie wir Menschen dazu lassen. Wir passen uns alle an, ob wir sind geistig oder körperlich in der Evolution. Der Rassismus besteht dahin, andere nicht anzuerkennen. Bestes Beispiel Adolf Hitler mit den Juden und Merkel mit den Menschen, die eine Mund- und Nasenschutzbefreiung haben, also die Ärzte. Die handelt nämlich genauso wie Adolf Hitler. Adolf Hitler hat die Läden von den Juden geräumt, die nicht nach seiner Nase getanzt haben. Diejenigen, die ihm Geld gebracht haben, die hat er gelassen. Aber auch die sind irgendwann geflüchtet oder wollten flüchten. Und Merkel macht es mit den Ärzten, die eine Mund- und Nasenschutzbefreiung ausstellen. Die lässt sie komplett auf die Straße setzen. Das ist Diskriminierung und Rassismus gegen bestimmte Berufsklassen. Letztes Beispiel ist Paris. Der Muslim. Weil einige Muslime den Glauben verunstaltet haben, müssen jetzt Demonstrationen und Muslime, die den Glauben wirklich glauben, weil der muslimische Glaube von Allah ist nicht bösartig. Es wird nur falsch angewendet von manchen. Allerdings wendet man sich immer auf die Minderheit und nicht auf die Mehrheit. Und die Minderheit ist dann diejenigen, die alles falsch machen. Aber die wird gesehen. Die Mehrheit, die alles richtig macht, die wird vollkommen ignoriert. Der Mensch versucht alles immer in den bösen Blickwinkel zu sehen und zu akzeptieren und nicht im Guten. Weil das Gute kann ja langweilig sein. Es ist leider nur schade, wenn es darauf ankommt. Rassismus und Diskriminierung liegen nah beieinander. Was soll ich dazu sagen? Ich habe zum Beispiel eine Mund- und Nasenschutzbefreiung und war zum Beispiel bei Domäne und da hat doch die gute Frau gesagt, Menschen mit einer Mund- und Nasenschutzbefreiung kommen bei uns nicht rein. Kranke Menschen haben wir nicht zu suchen. Was sind denn die COPD-Patienten, die automatisch eine verringerte Sauerstoff-Sättigung haben? Oder die Pneumotorax-Patienten, so wie ich, die auch eine verminderte Sauerstoff-Sättigung haben. Und die Maske ja nicht tragen dürfen, weil sie sonst ersticken. Die dürfen da nicht rein, weil sie krank sind und Kranke werden von Domäne und Medimax ausgeschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Diskriminierung, was die beiden Geschäfte machen. Sowas geht überhaupt nicht und gehört eigentlich verboten. Wer eigentlich bei dem noch einkaufen geht, fördert Diskriminierung. So, das war es zum Thema Diskriminierung und Rassismus. Viel Spaß noch!